hallo ihr lieben und willkommen zu einer neuen startover die folge eben gerade habe ich gesehen beim verkauf meiner sachen dass ich an holzkohle ein kohlebrennofen bauen kann wahrscheinlich mit jede menge eisen was ich habe aber schauen wir mal denn in letzter episode habe ich kohle braucht für noch einen weiten komposter luau ein luau am strand morgen 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 oder ja sehr gut so kommen wir mal holz und ha 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 ein holzbarren goldbarren was geht bei euch ab was soll ich denn goldbahn herkriegen benötigt sense wieso benötigt das wasser ah nein na gut dann ja das ist mir bei pierre eigentlich noch was ne ist da eine sense also irgendwie ist ja komisch ich hätte es mit dem fette leise nicht machen sollen so mit dem wachstumsbeschleuniger da habe ich totales chaos da reingebracht aber naja ja ich weiß auch gar nicht was wir in der episode alles machen ich habe noch keine gedanken drüber gemacht da wir in der letzten tatsächlich nur gegärtnert haben und ein bisschen sachen verkauft haben und versucht haben noch mehr tiere zu bekommen könnten wir das mit den tieren eventuell noch mal angehen und dann vielleicht noch mal in die mine mal gucken mir denkt es dass uns nicht langweilig werden wird um die hühner müssen auch kümmern kann ich die jetzt schon pflücken nee ok so das reicht für die letzte rei nicht mehr ja ja muss nochmal nachgucken ob man den hund eigentlich auch füttern muss ich glaube zwar nicht aber ihr habt noch ok ja 160 sehr schön brav jungen ach so mayonaise ach äh fast vergessen so geld haben wir immer dabei also los geht's versuchen wir nochmal unser glück noch zwei hühner zu bekommen na endlich tiere kaufen hühner oder ein huh und den da natürlich wumbus das warum nicht und noch eins hups tier kaufen auch dahin potter bell mhm ah ja komm so tierbedarf sammle milch von deinen tieren mit einem melkkügel ok ja das heizgerät da muss ich auf jeden fall noch schauen da ich muss noch kauf ok mehr geht nicht na gut dann hat ja wenigstens das mal geklappt das ist doch schon mal was aber ich kann mal schauen ob ich noch so eine mayonaise maschine bauen kann was brauche ich dafür oder so äh erdkristall stein holz ja das habe ich glaube ich alles yep äh zack was ist das eigentlich achso ne neuer deutscher kram brauch ich nicht ja was denn los mit dir war doch bei dir schon so wo sind die eier so oh ähm jetzt mal unterschauen ähm steine habe ich jetzt gerade alle dabei so steinbauer die sind hält länger als ein holzzaun ne das freut mich schlimm ist dass überhaupt ein haltbarkeitsdatum hat hm ne baue ich jetzt auch nicht ne danke uh shit ich trage meine erleuchtung mit mir herum ja wir gehen mal in die mine Gucken, was sich da so tut. Erstmal schauen, ob die schon offen haben. Ähm... Nee. Hofgebäude. Einen Stall. 6.000, okay. Brunnen hab ich schon. Äh, hab ich schon. Eine Mühle, wär cool. Stoff. Okay. Schuppenbrauch noch. Fertigstall auch nicht. Schloss kommt noch. Okay. Bis zur Nummer 15. Na gut. Ich wollte eigentlich, ähm... Ich meine, wenn ich so Erzdinger finde, also so Kupfererzdinger, ist natürlich cool. Aber eigentlich wollte ich stufenmäßig, ähm... Einfach nur ein bisschen weiter runter. Deswegen... Bin ich eigentlich hier in die Mine. Ich höre jetzt auch schon Summen. Ach, Mist. Ah, schon wieder dieser grüne Nebel. Gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich sollte direkt in der Stufe weiter runtergehen. Ja. So, sonst wird das ein sehr kurzer Mienenbesuch. So viel Kupfer. So, jetzt mal gucken, dass, äh... Ich meine, äh... Anderen Werkzeug auch verbessert beim Schmied. Wobei ich dann eigentlich auch noch, äh... Auf jeden Fall Kohle bräuchte. Da hat die Geschichte mit dem, äh... Mit dem Kohleofen dann, äh... Wurde aber ein wenig dauert. Mal gucken, wenn es Eisen erst ab 40... Also ab Ebene 40 gibt... Ab welcher Ebene gibt es denn dann Gold, bitteschön? 100 oder was? Höhlenkarotte. Höhlenkarotte. Äh, lecker. Ach, Mann. Höhlenkarotte. Untertitelung des ZDF, 2020 So, schnell die Treppe. Ich würde gerne die 20 irgendwie noch kriegen. Aber Moment. In dem Ding ist doch garantiert... Bingo. Fünfmal Kohle, ist sehr schön. Schippe. Schippe. Okay, habe ich schon mit meiner Kupferaxe gerade mehr Schaden gemacht als mit meinem Schwert? Ich würde mich jetzt nicht wundern, aber... Treppe, wo bist du? Ja, ich habe mit meiner Hacke mehr Schaden gemacht als mit meinem Schwert. Energie lässt auch nach. Aber wenn es kommt, dann aber echt dicke. Da ist die Treppe. Okay. Na... Habe ich jetzt noch eine Kirschbombe vertragen können? Grandale. Ja, kupfermäßig hat es sich gelohnt. Äh, das Holz nehme ich auf jeden Fall noch mit. Was habe ich denn hier noch alles? Was denn? Historisches Saatgut. Ja, das ist Gunther natürlich, ist klar. Da, dafür nehmen wir das Holz noch mit. Sehr schön. Oh, hier kann man angeln. Wenn man angeln kann. Kann man hier angeln. Ja, sehr gut. Oh yeah. Ich kann nichts in die Truhe legen. Oh, Mist. So, meins macht zwei bis fünf und das macht vier bis acht. Und Geschwindigkeit. Boah. Läuft wie geschnitten Brot. Erst probieren wir uns aber nicht aus. Sehr schön. Das war... Das war eine gute Runde. Ich glaube, wir sind schon Sau wieder unterwegs. Sehr schön. Und merkwürdige Vögel. Und zwar mein Mario fertig. Oh, sehr schön. Steine zurück. Holz. Die behalten wir auch. Da kommt das Kupfer rein. Quarz und das. Was steht beim Quarz eigentlich? Auch Gunther, ne? Ja, ist klar. Ey, der macht einen Schnapp, der Gunther. Das ist Wahnsinn. Läuft. Läuft. Nicht die große Kohle, aber... Besser als ja auch nichts. Der elfte Tag schon im Sommer. Puh. Zeit vergeht, wenn er Spaß hat. Ah, Radieschen kann gepflückt werden. Yeah. Benötigen wir eine Sensor. Sehr schön. Würde sagen, werden wir gleich mal Pierre mal vorbeischauen. Eis. Ach. Ja. Oh, Lord. David. Angel. Keit. Oh. cameras. Coça. Ah. Nach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut. Gehen wir halt Party machen. Oh yeah. Überraschungssuppe. Äh. Achso, hab ich nix. Nö. Ja, wahrscheinlich komm ich jetzt nicht zurück, um was zu holen, oder? Ja, ist ein Mist. Ja, shit. Ich hätte die Einladung vielleicht etwas genauer lesen sollen. Scheiße. Das klingt nicht so, als ob die Superlätze sehr gut gewesen wären. Ja. Das ist nicht mehr anstrengend, Vincent. Okay. No ja. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann doch nicht schief gehen. Zum Glück habe ich nichts reingeschmissen. Naja, das ist meine. Ich habe die Einladung nicht richtig gelesen, es tut mir leid. Wenn es trotzdem lustig war, ist es doch gut. Peperoni-Gelee, okay. 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 So, ihr Lieben. Nach einer eintönigen Suppe machen wir Schlussworte. Gucken wir auf die Öle. Ja, das war eine gute Episode. Viel gegärtnert. Viel in der Mine. Na, einmal in der Mine gewesen, aber viel mitgenommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir als andere ins Bett. Aber jeder in sein eigenes Bett. Meine Güte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.